Da steht ein Pferd auf dem Flur, äh, in der Pizzeria. Hier war wohl der ein oder andere Drink im Spiel. Ein Cowgirl reitet auf ihrem Pferd in einer Pizzeria. Was wie der Anfang von einem Witz klingt, ist das Ende einer durchzechten Nacht für eine 25-jährige Brasilianerin. Die junge Dame heißt Anna und sie sagt, dass sie an dem Abend mit ihren Freunden und ihrem Ehemann etwas getrunken habe. Offenbar zu viel. Dann habe sie sich mit ihrer Schimmelstute Diana im Regen verehrt und sei in der Pizzeria gelandet. Erinnern kann sie sich an nichts. Erfahren hat die junge Frau von ihrer Wild West-Aktion von Freunden, die sich über die Videoaufnahme von ihr lustig machten. Vielleicht gibt's beim nächsten Mal ein Bier weniger.